Der Schmidt, ja was? Was ist denn das? Die Seife? Die ist doch noch gut, Mensch. Die ist aber süß. Ach, die ist süß. Die kann ich mir danach auf dem Hotdog schmieren. Ach, die packe ich mir ein. Aber was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber die Seife, die kann ich mir einpacken. Die ist noch gut.